Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Anders war es auch schon wieder Jetzt werde ich eine Sekunde abnehmen, damit ich es nicht mitbekommen Das ist nochmal zu Ja ja Hehehe Du musst jetzt auf 3 fahren Ja Auf 4 3 Richtung Oberhaus 2 3 In Verdien Flur Sprechen Die Flur Sprechen 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 Also wir haben jetzt ein Schweine. Wunderschönes Wetter. Gute Fahrt. Bis jetzt. Ohne große Schwierigkeiten. Wunderschönes Wetter. Jetzt kannst du natürlich ein bisschen eng werden. Mit dem Regen meinst du? Ne, mit dem Verkehr. Und man kommt doch eine Menge hin mit dem Heimarko, oder? Jetzt zeigt er an, dass es gleich alle ist. Jetzt zeigt er. Hattest du schon neun reingekommen? Nein, nein, das ist immer der alte. Aha. Staubefeier, das hatten wir ja. Müssen wir mal sehen, in welche Richtung wir fahren, oder? Wir kommen auf dem Kreuz gleich, Richtung Leverkusen, wenn ausgeschildert ist. Sind wir vorhin auch durch den Tourer gefahren? Ja. Wüsste ich nicht, oder? Doch. Hm. 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 Oberhausen, du rüßt drüber, oder? Hm. 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 Hm.